Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Let's Trial Destiny 2 The Open Bader. Ich sag mal, ich vergiss mal Destiny 2 zu sagen, oder? Destiny 2 natürlich, hab ich's gesagt, keine Ahnung. Ja, letztes Mal haben wir richtig abgekackt im Quickplay. Heute werden wir sicherlich siegen in The Inverted Spider und steigen mal direkt ein. Oh ja, Launch. Gucken wir mal, ob das was wird hier. Was ist... Gibt's hier ein Chat eigentlich? Warte, ich halt mal kurz meine Klappe. Guck mal, da oben gibt's ein Chat. Haha, cool. Oh, ich seh grad drei. Ist das jetzt... Was passiert denn hier überhaupt? Ja, keine Ahnung, wir testen uns aber raus. Wir werden sicherlich wieder ins kalte Wasser geworfen und können erstmal nicht schwimmen. Und dann wird am Ende uns irgendein unser Freund wahrscheinlich uns aus dem Wasser ziehen und dann ist leider die Runde schon vorbei. So wird's wahrscheinlich laufen. Schöne Metapher. So. Ähm... Fragen wir mal. Kommen wir da wahrscheinlich in ein kleines, schnuckeliges Intro. Yeah. So. Es waren jetzt gerade nur drei Spieler, ne? Was heißt denn das? Kämpfen wir wahrscheinlich... Vielleicht kämpfen wir gegen Bots oder so. Werden wir gleich erfahren. Ach, komm, hier wieder meine letzte Folge genannte Zeitreise. Ich finde, es sieht aus wie eine Zeitreise. Ich nutze gerade übrigens, äh... Ich hatte immer das Gefühl, dass es... Also, es läuft in der Aufnahme nicht so flüssig, wie ich es hier sehe. Und es frickt mich ein bisschen auf. Jetzt hab ich mal ein bisschen mit anderer Einstellung genutzt. Ich hoffe mal, das ist besser. Aber ich glaube fast nicht. So. Was gibt's überhaupt zu tun? Okay. Ach, guck mal, wir kämpfen doch jetzt gegen Bots. Cool. Und ich wollte ja eigentlich mal einen anderen Charakter nutzen. Nur, wir vergessen. Ich glaube erst mal falsch. Yeah. Das sind Sniper, ne? Sieht aus wie einer bei Overwatch. Da unten sind ein paar Jungs. Ne? Oh Gott, voll verzogen, Alter. So, erst mal nachladen. Oh gut, da ist noch ein Junge. Den haben wir auch. Da ist noch einer. Schau. Auch ganz schön, mal jetzt mit Leuten zusammen zu spielen hier. Hört ihr mich eigentlich? Hallo, hallo? Is... Is there anybody? Okay, schade. Ich dachte, es gibt einen Chat. Ähm, oh, guck mal. Moin. Willst du hier was machen? Jo, der... Ach, guck mal. Oh, he jumped run. Cool. Uäh, uäh. Schafft man das ja? Zum Glück habe ich damals in Minecraft zu viel geübt. Weil ich sogar einen übersprungen. Bam. Boah, cool. Bam. Oh, ui. Cool. Huiii. On your right, a waterfall of Vex. Was? Was, was, was? Hab ich ihn nicht gesehen. Alter, cool. Die Nähe... Äh... Äh... What's the hell is that? Wie bitte? Da war jemand. Oh, da ist ein Sniper oder sowas. Seht man den rosen, roten Laserstrahl hier einmal rüber gehen. Oh, der ist ja schon weg. Oh, Alter. Was war das denn gerade? Das war ja mega die... Was auch immer. Welle gerade hier. Heftig. Krass ist mir das, was man in der Open Beta schon so viel machen kann. Hier, den Spielmodi und so. Finde ich cool. Und noch cool, dass ich das auch hier spielen kann und euch so zeigen kann. So, bam. Weiter geht's. Gehen wir falsch oder geht... Ne, er geht falsch. Junge, komm mal ran. Hello. Guck mal unten rechts. Siehst du auch die, immer wenn ich quatsche. Gibt das wie ein Chat? Ein P oder so? Bei Wurde ist es P, glaube ich. Okay, wir sind... Respawning. Restricted. Oh. Oh. Alter. Wenn wir jetzt sterben, ist es vorbei. Wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, fuck. Nicht starten. Keinen Falsschaden. Ich weiß nicht, ob es hier auch Falsschaden gibt. Alter, der ist echt gut, der Typ. Weg ist er. So, wir testen mit dem Falsschaden lieber nicht aus. Hey, Failsafe. You're all cozy in your data floor. Any advice on an energy sheet? Oh. Ich dachte, das ist schon schon Schluss hier, aber es war erst der Anfang. Warte, warte. Alter. Fuck. Fuck. Ich weiß nicht, wir haben keinen Respawn. Wir müssen kurz warten. Wenn jemand hier um die Ecke kommt, dann müssen wir... Okay. Eine neue Waffe, ne? Nee, hä, hä, ist ja ebenso... Warte mal. Ist ja ebenso anders aus in dem Licht hier. Okay. Da war das Rot eben weg. Also, der Hate Lurky ist ziemlich gut. Der prescht immer schön voran. Oh, ich balle einfach mal durch. So, wir können mal von hier bis hin vielleicht. Ah, nachladen. Oh, alter, cool. Press forward, ja. Wo ist eigentlich unser anderer Kumpel? Wieso ist der da hinten? Ey, Junge, komm rüber. Brauchen dich. Wahrscheinlich quatscht die gerade die ganze Zeit voll. Das ist echt witzig. So. Ähm. Hello, hello? Oh, sieht echt cool aus hier. Bis von No Man's Sky hier. Von... Oh, Alter, das hab ich nicht gesehen. Was? Nein! Nein! 30 Sekunden. Oh, nein. Scheiße. Ja, moin. Oh, fuck. Ich hab nicht gesehen, dass man da runter... Und ich konnte auch mein... Mein Jetpack oder wie auch immer... Konnte ich nicht, äh, anmachen. Dann können wir mal gucken, was die anderen so treiben. Der Hate Lurker ist wieder richtig gut dabei. Äh, nicht einmal ist auch unser Kumpane wieder da. Der war halt die ganze Zeit irgendwie auf... Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was er gesucht hat. So. So, jetzt gucken wir auch wieder. Jetzt fragst du dich nur, wo wir jetzt spawnen, ne? Okay, hier oben. Okay. Kriegen wir hier Fallschaden? Ne, okay, kriegen wir nicht. Und hier auch nicht? Okay, doch. So. Muss ich die Jungs erstmal wieder einholen. Oder Mädels, man weiß das ja nicht. Warte. Kann ich ihn wieder belegen? Ah, cool. Nein, geh runter! Junge! Kann man irgendwo sehen, wie viel Jetpack wir noch haben? Ist hier irgendwo ne Anzeige? Ne, ich seh nix, ne? Vielleicht ist es sogar unendlich. Aber irgendwie komisch. So. Hier sehen wir wahrscheinlich gerade nochmal eine Riesenwelle kommen. Werden wir gleich sehen. Oh. Gerade mal auf den Zeitmonitor geguckt gerade. So, wie sieht's aus? Oh. Okay. Sind das schon die ersten... Ja. Alter, das auch? Ne, der ist da drinnen, ne? Oder ist das auch ein Feind? Weil der eine Lebenserzeige hatte. Aua, 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 aua. Von wo kommt denn das jetzt? Ich darf ja mal vorwärts. Aber es sieht also geil aus, den tut es auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Na ja. Oh, schon bessere... Oh, guck mal, ein Hammer, ne? Schon bessere Schüsse von mir gegeben. Das sind so... Oh Gott. Ne, das ist... Ich will mir das Rauschiff abschießen. Das ist Quatsch. Da hab ich gerade ganz viele Schüsse verballert, weil ich nachgeladen habe. Oh. Ich krieg immer von irgendwo Schaden, aber... Ich weiß nicht, woher. So. Weiter, weiter, weiter. Hopp, 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 hopp. Oh. Äh. Hallo, Krater? Kann ich hier raus? Ja. Ich meine, ich kann ja einfach fliegen. Oh, hier ist Action. Warte, hier können wir uns gleich mal hier oben hinstellen. Der hat nicht so eine hohe Reichweite, ne? Kann das sein? Bis dahin komm ich nicht. Doch, doch, komm ich. Weil der hat eben so wenig Schaden gemacht. Eliminate the Drill Office. Okay. Ist wahrscheinlich einer von denen hier. Ne. Was ist das denn hier? Fuck. Nachladen. Oh, super. Ich wollte eigentlich... Oh, fuck. Da muss man hinten irgendwie, ne? Was sind die anderen eigentlich? Oh, oh, oh. Und... Wo, 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 wo? Die sind da hinten. Bin ich falsch? Ne, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Oh, gibt's immer die. Okay, ich bin auf jeden Fall zu leichtsinnig gerade. Da kommen die anderen beiden. Aber ich hab irgendwann die Muni aufgesammelt. Einfach aufholzen. Hier ist Leben, Leute, wenn ihr braucht. Geht eh mit einer Mauer. Alter, haben die die grad kalt gemacht? Der hat ja mega viel Leben. Oh, hier ist was. Da haben wir neue Muni. So, und den da hinten. So, weiter. So, wir bräuchten hier immer wieder neue Muni für langsam. Das Ding wird schon nicht wieder angeschmissen hier, oder? Ach, da müssen... Können wir da durch? Können wir da durch? Ja, okay. Weil es sah so feuergefährlich aus. War ein bisschen auf Distanz, aber nein. Alter, was macht denn das Damage? Ist ja irre. Mal leben. So, hier noch jemand. Ah. Und alle ist wie fast. Ne, ein bisschen haben wir noch. Warte. Der eine Schuss hat noch gefehlt. So. Hier rauf. Oh, da kommen sie. Wir müssen halt jetzt mit der Waffe kämpfen, die andere ist alle. Aber die macht auch ordentlich Damage. Ich muss halt immer einzeln schießen, aber es geht. Gott, was ist das denn für eine Hunderrasse hier? Wir laufen hier. Wir laufen hier. Wir laufen hier alle vor das Rohr hier. Oh, fuck. Warte mal, die drei. So. Wir machen mal viel mehr jetzt hier. Aua, 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 aua. Scheiße. Oh, fuck. Wir werden ja wieder warten. Wir gucken mal auf unsere Kumpels. Der ist auch tot. Wieder waren wir, ne? Okay. Danke, 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 danke. Ist alle? Scheiße. Geh jetzt weg. Gut, dass die Musik immer leise wird, wenn geredet wird. Das finde ich sehr gut. So, nochmal ein bisschen Muni. Warst du schon? Ah, nee, da geht's weiter. Das ist ja echt lang, ne? Aber cool. Ich hoffe mal, dass das in der Aufnahme alles gut läuft. So, und bad. Wohin? Dahin. Hoppala. Oh, der ist schon wiederbelebt. Sehr gut. So, wohin da uns? Ne. Da oben? Alter, Jungs, was habt ihr denn bitte für eine Reichweite? Die haben, irgendwie haben die auch eine Sniper noch. Ich deckele mir die vor, also Widowmaker ein bisschen. Ein bisschen, also Widowmaker und Anna. Also ich meine, es ist verblissert, ne? Da würde ich mich nicht wundern, wenn das in ein paar, wenn es sich ein bisschen überschneiden würde. Also, ein bisschen überschneiden im Sinne von, was es eh nicht ist. Dann ist auf jeden Fall wieder der Oberboss da hinten. So, auch da. So, nachladen. Jetzt ziehen wir richtig durch. Achtung. Oh, jetzt versteckt er sich da. Oh, der ist ja weg. Nee, weg, ne? Das geht ja richtig lang hier, du. Meine Fresse. Get clear of the drill. Ich denke mal, es geht gleich. Ach, krass. Bauen die hier Cola ab, oder was? Sehr witzig. Oh, das ist ein Schild, der macht bestimmt kein Damage. Das ist ein Freund, sorry. Was soll das da denn eben? Warte, warte. Wie, was? Haben die irgendwie so... Habe ich auch eine super Attacke? Das ist die gelbe da unten links. Bitte, das ist die, die ich noch nicht einmal ausginge. Warte mal. Open Settings. Ich geh erstmal die... Einstellung, Gameplay? Nee, was ist das? Key Mapping. Demote, Return, Highlight Player. Character. Die Heike. Was denn, ey? Fire. Reload. Block. Aha. Wurden wir alles nicht gesagt. Granat. Ach, guck mal, Grenade. Ah, krass. Sag ich doch. Ich bin Sanat. Da bin ich da verballert. Auf R. Was ist da? Ach, bin ja blöd. Nachladen. Das sind, glaube ich, die Dinger... Ich hab die noch nicht einmal genutzt, Alter. V. Schau. Eine Wand. Eine C. Ein Schild. Ah ja. Gut, dass ich das ja alles verballert habe jetzt. Oh. Bin ich falsch? Ach, jetzt wurde ich von dem Ding erwischt. Nein. Aber er muss nicht 30 Sekunden warten. Das ist gut. Und wahrscheinlich spawn ich den jetzt auch da, wo die anderen sind, oder? Wow. Klasse. Ich bin so gut. Warst du schon? Investigate the dick side. Sieht aus wie ein Pokémon. Das sah aus wie dieses Stern-Doo. Heißt das so? Stern-Doo? Oh Gott. Hier bin ich... Jetzt kommen wahrscheinlich die... Alter. Warte. Geh mal hier runter. Das ist ja auch wieder Endbox hier. Immer schön auf den Kopf. Kann der mich teleportieren, oder was? Macht gar kein Damage. Hat der sowas wie eine... Wie eine Aura, oder so, oder? Alter, was ist denn das jetzt hier? Ich glaube, es bringt noch gar nichts, ihn anzugreifen. Irgendwie macht das nichts. Oh, da ist er ja. Alter. Sehe ich jetzt erst? Ich habe Angst um meine Muni, dass sie nicht reicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Alter, wie geil das aussieht gerade. Alter, was? Okay, landen. Hippisch. Das sieht ja gerade geil aus, Alter. Heftig. Geil, da ist er wieder. Es bringt nichts, es bringt nichts. Ich weiß nicht, warum ich... Ich weiß nicht, ob ich auf irgendeinen Moment warten muss, wenn ich schießen darf. Doch, jetzt, 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 jetzt. Nee, das macht fast nie los. Der Boden ist Lava. Fuck. Fuck. Switching Guns? Okay. Fuck, ich bin... Deswegen will ich mir hier ein bisschen decken. Kümmer... Nein, ich wollte gerade sagen, ich kümmere mich mal um das Kleinvieh, aber irgendwie... Fuck, Alter, das ist echt... Diese lange Mission, Alter, meine Fresse. Deftig, heftig. Zu gecharged. Das bringt gar nichts, den anzugreifen, Alter. Ich werde direkt wieder kalt gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht... Muss man warten irgendwie? Hat der irgendwie so eine Phase, wo man ihn angreifen darf erst? Alter. Hält man lustig, kommt zu Gornix hin. So, da unten gehen. Gibt es hier einen Chat? Nee. Immer eine Granate werfen. Oh, jetzt hat er ihn dran. Cool. Jetzt hat er auf jeden Fall ein bisschen weniger Leben als Leben. Sag mal, wenn ich so schieße, bringt das gar nichts. Ich weiß echt nicht, worauf ich denn achten muss. Ich denke mal, auf die Lava darf man wahrscheinlich nicht raufen. Fuck, Alter. Oh, Quatsch. Kann mich jemand retten? Ja, danke. Ich hätte gerne mal so ein paar mehr Tipps, worauf wir achten müssen. Aber ich kümmere mich um das Kleinvieh. Die werden schon wissen, was wir machen, die anderen. Beiden. Wo ist er hin? Was? Der Helle. Oh. So, und fangen. Oh, fuck. Ich hab mich früh genug gedrückt. Hier liegen Leben rum, danke. Der ist doch krank, das Vieh. Oh, fuck. Was war das jetzt? Was, was ist denn los? Warte mal, wie war das denn? Mauer mal mit V, ne? Wie lange geht das Ding? Warte mal. Jetzt, raub, 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 raub. Doch, es macht schade. Man sieht ja die Zahlen. Aber man sieht halt nicht, wie es weniger wird, weil es so mega lange dauert. So, es haftet, in your face. Sehr gut. Alter, was passiert hier? Jetzt kommen die ganzen anderen Viecher hier wieder an. Was ein epischer Endboss. Fight. Oh, jetzt sind wir toten. Da, super episch. Wo seid ihr? Jungs. Danke. Ja, Alter. Ohne Witz, ne? V, kann ich V machen? Nein, fuck. Solange, wenn ich... Ich weiß nicht, wenn wir alle drei stellen, ist wahrscheinlich Schluss, ne? Okay, er lebt noch. Der andere ist auch tot. Ich muss jetzt natürlich gucken, wo er bleibt. Oh Gott. Okay, das wird jetzt echt tricky. Aber es sind drei... Er muss einfach die Zeit abwarten, ne? Er muss uns ja nicht wiederbeleben, das ist nicht sehr gut. Okay, wir sind wieder da, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Wir sind wieder da! Eh! Er ist gleich weg, er ist gleich weg! Es ist nicht mehr viel. Mauer bringt auch nicht so viel, wenn von allen Seiten Leuten kommt. Ich muss nicht da rangehen ans Mikro, sorry. Ja, ja! Das war's, Leute! Glaube ich. Die Inverted Spiral, da kommt um die Einländung. Yeah, yeah, wow, wow, wow! Wir haben es geschafft, oder? Ich kann nochmal alle Tasten drücken. V, R, G, X, Y. Ich habe noch dieses Gelbe da, was ist das Gelbe? Interact, was, was, F1? Okay, wir haben die wahrscheinlich alles schon gelootet. Mission beendet. Mission beendet. Ich will auch tanzen, ich will auch tanzen. Kann ich auch tanzen? M, N, O, E, K, B, E, V. Oh. Q, W, R, so, alle Tasten hier. Habe ich gerade diese Move gemacht. Da! Hier! Ach, das ist mein Schutzschild. Okay, gut zu wissen. Stellen wir mal, dass... Übrigens bin ich eigentlich in den Modus gerade gekommen. Wieso war ich gerade, äh, Third Person? Guck mal, ich bin nicht... Bin ich letzter? Ich bin hier nicht letzter. Aber hier bin ich letzter. 52. Also der war richtig gut, der Typ assists. Precession kills. Okay, ich war jetzt nicht der Oberboss. Returning to orbit. Ja. Oh. Machen wir. Das war's dann wahrscheinlich hier mit, ne? Das war echt lang, halt. Wir haben jetzt, äh, 23 Minuten haben wir jetzt. Boah, Alter. Erstmal hier. Erstmal wieder aus dem Knick kommen. Boah. Pff. Das war's. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem vorletzten Game. Ähm, von der Destiny 2 Beta. The Inverted Spire. War ganz schön lang, aber hat Spaß gemacht. Nächstes Mal kümmern wir uns um Competitive. Das ist wahrscheinlich wieder einfach 4 vs. 4. Genau. Das kennt man ja, Play vs. Player. Nicht so kompliziert. Ähm, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, ne? Bis dahin. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.